Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache, der Liebesflamme, des unbeflägten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Nuwene zu Maria, der Vermittlerin aller Gnaden, Achtertag. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte füge uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte füge uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte füge uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflüge das ganze Wegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Selige Jungfrau Maria, heilige Mutter Gottes, wir verehren dich als die Vermittlerin des Geheimnisses, der Herabkunft des Heiligen Geistes. Denn du hast den göttlichen Tröstergeist durch die Macht deines Gebetes auf diese Welt herabgerufen. Amen. O unsere Herren und Mutter, vermittle uns die Gnade. Amen. Und beweise, dass es dir gefällt, wenn wir dich als Mittlerin aller Gnaden anrufen. Bitte für uns, o selige Jungfrau und Gottesmutter, auf das wir würdig werden der Verheißung in Christi. O Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, du hast uns Maria als Mutter und Vermittlerin gegeben. Lass uns auch jetzt ihre Vermittlung wunderbar erfahren. Herr, wir danken dir dafür. Amen. Amen. Nur wen und zu unbefleckten Empfängnis erst Tag für alle Mütter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, meine liebste Mutter, gib mir dein Herz so schön, so rein, so unbefleckt, so voll Liebe und Demut. Damit ich wie du Jesus empfangen kann und damit ich eile, ihn anderen zu bringen. Gebet von Mutter Teresa Der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast vor Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn sollst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Lukas 1,30 bis 31 Für alle Mütter, Mütter, die ein Kind im Schoß tragen, Jesus, hab erbarmen. Dass sie ihr Kind mit Liebe annehmen. Gib ihnen Stärke und Freude. Für alle Väter, Mütter und Ärzte, die abgetrieben haben. Für alle Mütter, die ihr Kind verloren haben, tröste die Eltern über den Verlust ihres Kindes. Maria, Mutter des Lebens, bitte für sie. Maria, Mutter des Lebens, dir vertrauen wir die Sache des Lebens an. Oh, Mutter, blicke auf die grenzenlose Zahl von Kindern, denen verwirrt wird, geboren zu werden. Vermittle den Menschen die Gnade, das Geschenk des Lebens anzunehmen und in Dankbarkeit zu feiern, durch Christus, unseren Herrn. Der Engel des Herrn, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, so heilige Gottesmutter, auf das wir würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, diese deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, erkannt. Lasst uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Liebesflamme Rosenkranz für die armen Seelen im Fegefeuer. Liebesflamme Rosenkranz der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens für die armen Seelen im Fegefeuer. Drittes und Viertes Gesetzchen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken Deine 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 Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens stärke die armen Seelen im Fegefeuer und lindere ihre Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken Deine Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünde, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens, rette uns, O Maria, und blende unsere Feinde. Für das Gesetze, bote uns, so der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gewinne Deit unter den Weibern und Gewinne Deit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken Deine Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit es die Frucht deines Leibes, Jesus, durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und bist du Schunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen im Fegefeuer. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen aus dem Fegefeuer. Heilige Maria Mutter Gottes und unsere liebe Mutter überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Errette die armen Seelen aus dem Fegefeuer. Heilige Maria Mutter Gottes und unsere liebe Mutter überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Rette die armen Seelen aus dem Fegefeuer. Heilige Maria Mutter Gottes und unsere liebe Mutter überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und bis zur Stunde ihrer Erlösung. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus verzeih uns unsere Sünde bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel besonders jene die Deine mit am meistern bedürf O Maria ohne Sünde empfangen bitte für uns die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens rette uns O Maria und blende unsere Feinde Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Maria mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen gib Deine 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 Vielen Dank.